Yo Leute, und damit kommt zurück mit dem Flash Nein Den Arsch von nebenan Hör doch auf damit Nein Warum machst du das immer? Warum beleidigst du mich immer? Warum? Weil ich Lust dazu habe Boot kommst hier Jetzt heißt es erstmal zurück nach Hause Boot? Wo ist mein Boot hin? Ist das dumm? Mitzi, 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 da, komm, Beifus Wir haben ja in der letzten Aufnahme endlich eine Katze gefunden Ja Gezähmt Er scheitert noch nach Hause Aua Die letzten Bücherregale setzen Aua, lass mein Boot Haben wir das auch schon mal, dann heißt es wieder ein paar neue Level besorgen Hör auf dich zu wehren, Pferd Mau? Hör auf dich zu wehren, Pferd Mau? Ach, da kommst du ja Hör auf dich zu Pferd Nö, komm mal her Hör auf dich zu Pferd wehren Ja, hör auf dich zu Pferd wehren Hab mich lieb Dich hat keiner lieb Hab mich lieb Es hat dich keiner lieb Es hat mich lieb Es hat mich lieb Soll ich nochmal sagen, es hat dich keiner lieb? Doch, es hat mich lieb, du Vogel Hattest du schon ein Pferd? Ich glaube ja Achso So, jetzt hab ich ein Pferd mit Diamantröster Okay Ich hab leider keinen Sattel für unterwegs mitgenommen Sonst hätte ich mir einfach noch ein Pferd gezwemt Nein Ach, Pferd ist behindert Und dann werde ich zurück galoppiert Ach nö Oh doch Pferd, kannst du jetzt mal bitte an Land gehen? Mau Weißt du, dass ich es ja wieder verpasst habe Dass die Pferde ja unter Wasser sterben Wenn man drauf sitzt Dass die unter Wasser untergehen Ja, wenn man drauf sitzt Das ist voll blöd Oh Bist du halt zu schwer Boah, wie konnte man nicht irgendwie sprinten oder so? Mit was? Bei den Pferden Katze? Weg Ach, da bist du Mann, hast du lange gebraucht dich zu porten, du dummes Mistvieh So, jetzt heißt es mal gleich schlafen Und ich muss gleich mal Holz mitnehmen Holz Hi Kätzchen Oh, ich hasse die Katze, wenn die sich immer aufs Bett setzt Und sich einfach aufs Bett setzt, ne? Oh Du hast es doch lieb Nö Erst mal ein bisschen Erde mitnehmen hier Genauso wenig wie ich dich lieb habe Nö Nö Alter Das hört sich grad ein bisschen komisch an, das weißt du, ne? Genauso wenig wie ich dich lieb habe, hab ich gesagt Ja, das hört sich hin, da ein bisschen komisch an Normales, ich mag dich Jaja Ist klar Hast du doch grad gesagt Wir haben den Aufnahmebeweis Hehehe Auf jeden Fall Du willst doch immer mehr von mir Hehehe 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 Das ist ein Schaden aber echt Du sagst, ich muss ja mal ein bisschen Erde abbauen hier Oh, Bom Und wann ist denn die Optifan für 1.7 fertig? Oh, wein doch nicht Bei mir spackt der immer so ein bisschen rum im Laden doch Hehehe Naja 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 Was zeigen dann die Koordinaten Äh Wo hab ich denn Ich muss mal ganz kurz noch was gucken Ähm Die Koordinaten da Ähm Z Ist 278 Und X ist minus 182 Weißt du, wer das kommt? Weil man sich wieder nicht aufgeschrieben hat Beziehungsweise weil man sich keinen Kompass gemacht hat Hätt sie im Kompass gemacht? Ich hab die Koordinaten doch aufgeschrieben Oh, warte mal Was... Was stand da? Mit den Pferden Man muss züchten, ne? Mhm Ach Scheiße Boah, wie weit bin ich denn davon abgekommen? Ach ja, da sag ich mal nix zu Oh, warum spring ich denn immer ab? Naja Ich lauf erstmal weiter zurück Ich müsste auch mal ein paar Slime-Beller haben Ja Hast du nicht Ne Wozu auch? Ohhhh Geil Wie komm ich jetzt da hin? Ohne Schlamelle kann ich das Pferd nicht mitnehmen Ohhhh Sind aber gar nicht leid Miau 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 Pferd bleibt einfach hier Ich nehm einfach Sattel mit Ich hab keinen Bock dich mitzuschleppen Ohne Witz Hehehe Ja, das ist doch affig Muss ich irgendwo da ein Nähepaar finden Hm Boah, ich bin aber auch weit gelaufen Meine Fresse jetzt den ganzen Weg zurück Ich fresse dich Ich muss auch zurück Knappe 3000 Blätter noch Hey Esel Hast du dich gefunden? Hab dich gefunden wieder Nee, ich glaub mir am letzten Mal Das bist du Nee, das bist du Lalala 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 Lalalalala Aus Kuas Festland Oh Festland Nanananananana Lalalalala Lalalalala Das Problem ist die Katzen Nerven mir auch ganz schön Ah! Oh! Miau life Yup! Mache defekte wieder Judy Boa du darfst nicht kaputt gehen Ich muss dich nicht mitnehmen Obwohl man kann das auch leiser stellen, jetzt kannst du unsere Tiere. Weiß ich nicht, I don't know. Absen, Musik, Geräusche. Ich weiß es nicht. Freundliche Kreaturen, da kann man leiser stellen. Na dann? So weit ist das und so laut ist das auch gar nicht. Nö. Eww. Ach ja. Boah, dass ich ja auch unbedingt so weit rennen musste. Ach, tröste dich, frag mich ja nicht, warum ich das auch getan habe. Fühl wieder und nick wieder nichts, ich kann jetzt in allen vier Richtungen rumlatschen, bis ich einen Jungel gefunden habe. Wir dürfen ja keine Karte benutzen. Mit einer Karte wäre es einfacher gewesen. Ja. Schöne Minimap, wie du trub. Aber wär schon ein bisschen cheaten, ehrlich. Ja. So lässt sich ja alles finden. Ja. Spawner, Dungeons. Na nicht wirklich, ne? Doch. Ja, wenn man die Dinger nimmt, wo man einstellen kann, dass man Kreaturen findet, ja. Ja, dann ja. Aber sonst nicht. Ne, sonst nicht, aber sonst kannst du's einstellen. Mhm. Oh, diese scheiß neuen Biome, ey. Hätten sie nicht die viel lassen können? Nein. Wir müssen ja gleich viel Neuen suchen. Das ist so ätzend, wenn da so wenig drin sind. Ja. Ja. Ja gut, aber ich finde jetzt kein Dschungel. Das ist viel schlimmer. Und? Jaaaa! Wow, 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 wow. Was denn? Boah, war das knapp. Ich dachte, das ging gerade runter. Hm? Hm? Nö, nicht wirklich. Schlafen. Ich bin richtig knapp an der Kante eben langgegangen. Schade. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Du sollst ja sterben einmal. Ja, aber du hättest... Ich hätt Riesack nichts mehr. Loch. Ein Loch. Ja, du kannst... Ich mein damit, du kannst dir vorstellen, wie ich mich aufgeregt hätte, ne? Ja, ich weiß, aber... Nö! Du kannst ja trotzdem sterben. Richtig. Du hast einen Schaden, aber echt. Ja! Nein! Das ist der Schadomat. Schadomat? Schadomat 1000. Bitte wählen Sie eine Taste und ich nenne Ihnen immer einen bescheuerten Spruch. Schadomat 1000. Schadomat Version 1. Update folgierlich. Nö, Update... Täglich. ...konsekündlich. Ja. Können uns gar nichts mehr machen. Ich hab' Jungen gefunden, wo die Pilze drin wachsen. Ähm, mit dem Dunkelholz, mit dem Dunkeleichenholz, das ist gar nicht schlecht, das sieht super aus. Süper sieht das aus. Süper! Trotzdem ist das Oakwood. Ja. Aber Dunkel Oakwood. Ja. Sieht besser aus. Ja, trotzdem hätten wir hier ordentliches Holz nehmen können, als anders nennen können. Ja, toll, wie willst du denn Dunkel, äh, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm. Warte mal, Dunkel ist E... P-p-p-p-p-p-Eboni ist Dunkel. Walnuss ist Dunkel. Hm. Soweit ich darüber in meinem Gedächtnis das weiß. Ich glaube, Balsar, nicht Balsar, ist so ein komisches Grau. Den soßen Schaden. Nein! Balsar ist so weiß, vielleicht. Ja, für karaal, so einem weiß-sonnen. Mietzi, da, gut. Miet, 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 Miet. Was Haoincendo hier noch sagt, ist ganz viel die Zombies immer drin. Pech, das. Ja? Boxermanns Zombie drinnen, wenn du einen Zombie findest, weil sie für viele schnell da um die Ecke kommen. Miet, 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 Miets. Hast du schon gemacht, ne? Ja, ich hasse das, ey. Wenn du Monster bockst dann oder tötest, da kommen gleich wieder zwei neue. Du hast halt neu gemacht. Ja, das ist nervig. Nervig. Du hast die Fron da gefeuern eben. Schade, aber lebst noch, ne? Ja. Okay, das freut mich. Ich habe auch nur drei Leben verloren. Das freut mich doch, dass du noch lebst. Drei Herzen nur verloren. Ja, ob dich das freut, wer es glaubt. Ja, ich bin ein Tiermensch. Ha, jetzt mach ich. Ich bin tierfreundlich. Fick dich. Hallo, kannst du dies mit dem Beleidigen einfach mal sein lassen? Diskretion möchte ich hier nur bitte benennen. Und hier ist ein Birchwoodwald. Oh mein Gott. Und ich mach Kaktusrennen. Birkenwald. One boy one. Zicke, dicke, 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 dicke. Das ist schon so ein leichten, aber leichten Schaden. Oh mein, ne gute, schon wieder Essen weg. Ja, glaubst du? Ja, finde ich so. Aber genau so wie du, ne? Ja, I need a doctor. I need a talk, tic, 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 tic. I need a tic, 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 tic. Und noch. Nee. Doch, wo ich das gesagt habe, ja. Nee. Doch. Sind schon zehn Sekunden her. Mich auch. Ich bin voll tief gefallen. Kennste das nich? Willst du ein A kaufen? Nee, ein B. Nicht so lauuut, mein Freund. Willst du ein A kaufen? Du hast so gelitten, aber echt. Sowas kennst du nich, ne? Ne, nich wirklich. Mein Liete, was hast du für ne Jugend gehabt? Was war denn das? Ernie und Börd, man! Ernie und Börd, der Buchstabenverkäufer, der immer. Achso. Kann sein, dass ich das noch kenne, aber denkst du, ich merke mir das? Eine Fledermaus. Zwei Fledermäuse. Ja, das guckst du dir bestimmt immer noch an. Ne, läuft ja gar nicht mehr. Ich wüsste gar nicht, ich glaube auf Kika, komische Kika-Quatsch da. Doch, irgendwo kommt es noch. Ja. Ach, hier, hier, dieses komische Jaggy von D-Max Neu, dieses komische Zeug. Darf in der Alte folgen. Aber zum Glück braucht man die Katzen nicht, ähm, tüchten. Das wär mies. Ja, das ist richtig gemein, Alter. Findst nur eine und dann suchst du wieder tausende Blöcke weiter. Wieder eine Kackkatze. Ja. Hallo Schweine. Ja, aber die meisten Aufgaben kommen auch von den Zuschauern, von Spark. Ja, ist doch richtig so. Ist doch gut. Und Spark hat ja gesagt, dass er Kommentare umarmen möchte, wo das dann mit drin steht. Ja. Komm schon. Wieso die ganzen Leute, die jetzt meinen, die spielen, die spielen da mit, aber schreiben dann Ziele da auf, naja. Ja, das sind meistens die, die dann auch keine Videos dazu machen. Und ob das meistens wirklich stimmt. Ja, ich hab schon wieder ein Dorf gefunden. Ja, mir doch egal. Oh, mal eigentlich eine Schmiede bei. Halleluja. Ja, das nervt man wieder, ne? Da sind die Männchen am Nerven. Das sind doch alles Männchen. Obsidian. Brauch ich nicht mit dem Eisen, nehm ich mit. Wie sieht meine Rüstung eigentlich aus? Männchen, die sich paaren können. Ich wechsle gerade mal meine Rüstung aus hier komplett. Da ist ja fast komplett neue Eisenrüstung drin. Ach ja. Und das nehm ich mal mit, dann hab ich wenigstens was anderes zufrieden. Oh. Boah, zum Glück bin ich nicht mehr so weit weg. Autsch. Ist das Stone oder so hier? Da tausche ich nicht mehr mit dir. Ne, ich bin nicht Stone. Ne, hier. Wie ist denn hier? Du bist Stone, ja. He, he. Ho. Bist Stück Stein. He, he, ho. Da würde ich bestimmt sagen, oh ja, schläg mal. Ne. He, oh ja, he. He, oh ja. Hm. Komm. Hab mich lieb. Wo hast du die Hunde eigentlich gefunden? Was für ein Biom? Äh, Tiger. Was für? Hallo? Kannst du mich jetzt wieder haben? Ich glaube, ich hab gerade das Hard-Eis-Biom wieder gefunden. Wie heißt das eigentlich? Ähm. Plane Spikes. Wie heißt das? Kenn ich nicht. Was ist Plane Spikes-Biom? Oh, meine Nase krillt wieder. Was gibt's denn hier? Ein Diamantschwert. Jawoll. Hauptsache, boah, mh, lecker. Mit Aufzug. Hauptsache, keine Lust zum Muten. Hauptsache mit Aufzug. Hm. Oh, mh. Ne. Ey, 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 guck mal auf die Folge. Ach, scheiße. Ja, sorry, wir müssen hier raus. Tschüss. Bis später. Tschau, tschau.